In einer Welt, die ständig in Bewegung ist, wo das Leben oft von Stress und Hektik geprägt ist, stellt sich die Frage, was passiert, wenn man das Universum die Kontrolle übernehmen lässt? Dieses Video taucht in das Thema des Erwachens des Bewusstseins ein und erforscht, was es bedeutet, sich dem Fluss des Universums hinzugeben. Verständnis des Bewusstseins Das Bewusstsein ist mehr als nur Wachheit oder Aufmerksamkeit. Es ist die tiefere Ebene des Verstehens und der Verbindung mit dem Universum. Wenn das Bewusstsein erwacht, beginnt man, die Welt und sich selbst in einem neuen Licht zu sehen. Es ist, als ob ein Schleier gelüftet wird und man die Dinge klarer und wahrer wahrnimmt. Loslassen der Kontrolle In unserer modernen Welt streben viele nach Kontrolle über jeden Aspekt ihres Lebens. Doch im Prozess des spirituellen Erwachens lernt man, dass wahre Freiheit im Loslassen liegt. Es bedeutet, Vertrauen in das Universum zu setzen und zu akzeptieren, dass nicht alles in unserer Macht steht. Synchronicität und Fluss Wenn man beginnt, das Universum die Führung übernehmen zu lassen, öffnet sich die Tür zu Synchronicitäten. Plötzlich scheinen Ereignisse und Begegnungen nicht mehr zufällig, sondern Teil eines größeren Plans. Man lernt, im Fluss des Lebens zu schwimmen, anstatt gegen den Strom anzukämpfen, Herausforderungen und Wachstum. Dieser Prozess ist nicht immer einfach. Es kann Herausforderungen geben und manchmal fühlt es sich an, als würde das Leben auf den Kopf gestellt. Doch gerade in diesen Momenten liegt das größte Potenzial für Wachstum. Es sind die Zeiten, in denen man lernt, Vertrauen zu haben und sich der Weisheit des Universums zu öffnen. Die Praxis des Hingebens Das Hingeben an das Universum ist eine tägliche Praxis. Es beginnt mit kleinen Schritten der Akzeptanz des Moments, dem Loslassen von Sorgen und der Öffnung für die Führung des Universums. Meditation, Achtsamkeit und das bewusste Sein im Hier und Jetzt sind Schlüsselkomponenten auf diesem Weg. Das Erwachen des Bewusstseins und das Hingeben an das Universum sind transformative Prozesse, die zu tieferem Frieden, größerer Klarheit und einem erfüllteren Leben führen können. Es ist eine Reise, die Mut erfordert, denn es bedeutet, die Illusion der Kontrolle aufzugeben und sich dem Unbekannten zu öffnen. Doch die Belohnungen dieser Reise sind unermesslich, ein Leben in Harmonie mit sich selbst und dem Universum. Die Reise des Bewusstseins und das Hingeben an das Universum sind faszinierende Themen, die viele Fragen aufwerfen und zu tiefen Einsichten führen können. Wenn du eigene Erfahrungen oder Gedanken zu diesem Thema hast, teile sie gerne in den Kommentaren. Teile dieses Video mit Freunden und Familie, die sich ebenfalls für Spiritualität und das Mysterium des Lebens interessieren. Und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren inspirierenden Inhalte zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Bleibe offen für die Wunder des Universums und erlaube dir, von seiner unendlichen Weisheit geführt zu werden. Bleibe offen für die Wunder des Universums und erlaube dir, von seiner unendlichen Weisheit geführt zu werden.